Hallo und herzlich willkommen, erstens live und zweitens in der Folge. Das, das ist dumm, das ist Adolant und das ist Exit. Und wir spielen Supermod Let's Be 2. Ja, bei dem übrigens Zuschauer wieder mitmachen können. Außer Leute aus meiner Klasse, sicherheitshalber. Haha, okay, ich muss sagen, okay, es geht. Turm, 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 Turm. Ach, ich brauche erst mal Holz. Ja, vielleicht solltest du das, Melkwürtel. Leute, wir sind alle in einem Team Candyfab. Wir haben übrigens den Power, der ist. Ich bin heute hier so nett, ne? Das merke ich. Die breiteste Mensch EU-Best. Ich kann den abnehmen. Oh, ich bin noch geälder. Ich wollte den Bob created ab. Oh mein, der findet den Stream noch nicht. Boah, scheiße. Ich kann nicht in den Boden gucken. Nico macht heute wieder einen auf Moderator. Das einzige, was ich kann, Leute beleidigen. Das stimmt allerdings. Das ist wirklich endlich mal eine Wahrheit von dir. Ich glaube, ich muss mal gerade mal Minecraft neu starten bei mir. Ich gucke durch den Boden. Das ruckelt allgemein ein bisschen. Also bei mir ja gar nicht. Das ruckelt nicht durch den Boden. Ich würde anscheinend, nur weil ihr bessere PCs habt. Der Anwalt aber doch nicht. Also der Anwalt hat doch keinen schlechten PC als ich. Ja, der hat keinen schlechten PC als ich. Und bei dem hat es ja auch gerade irgendwelche erscheinen gegeben. Nein, bei mir hat es nicht geruckelt oder so. Also durch den Boden geht. Das hat man Minecraft nicht. Hast du nie irgendwie wenigstens mal eine Sekunde in irgendeinen von diesen riesigen Models von den größeren, wie sie waren, reingeguckt? Nur eine Sekunde. Ich? Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ja. Junge, hier. Sicher ist es streamt? Äh. Ne, doch jetzt live. Das kommt ja 11 Minuten. Bis 11 ungefähr. Vermutlich. Was muten? Also, ungewiss. So, ich kann immer... Mal gucken. Oh, moin. Wie lang geht das Stream? Der Stream, der geht ungewiss lang. Ich habe es doch gerade beantwortet. Die gar nicht gehört. Oh Gott, hast du schon so ein böser Wort. Da sind so ein böser Wort. Da sind so ein böser Wert gekrackt worden, 4 in der Hölle. Da sind die von Gravestone. Ja, das sind Gravestone. Ja, nicht. Ja, nicht. Ja, nicht. Nein. 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 Ich bin auch mal am Start. Null. 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 Game Games. Gelerne. Ach schade, ich dachte mal, mir sah ihr mein eigenes Dream oben angezeigt, aber es ist von-Handys-Stein. Der würde... Der berichtigste... Es ist Film, auf jeden Fall. Ja, das muss es sein.... Erstmal selbst und dann hochgehen. Sind diese Tower gefährlich? Ä-Neán. Tipp, nicht Reingehen! Da sind keine... Ich bin gar daran Artist zu Equippen, um in einen reinzugehen, in die unteren 3-4 Etagen, um erst mal Standard-Equipz holen. Ganz oben gibt es solche Sachen, die Diashwerke. Aber... wenn ihr alle durcheinander redet versteh ich meistens am meisten ja jetzt gehst du in diesen scheiß tower rein sport schon mal alle mobs vor bevor überhaupt irgendein kürzer hat warte ich nicht ruhig schon mal stein holen können ja schon ich hab ein bisschen holz ok ja ok holzbegegst oder sowas gar nicht puft Tür zu ICBM ist nicht drin aber wir haben auch da mal zeigen die Kürze war mit Wartel das ist ein Boot von ICBM aber noch ein Boot von ICBM Nutella das behalte jetzt mein Inventar ach warte ich muss auf alle DIO pähnen auf mich Loll Games wie hieß du denn da kommt es schon nicht weiter nicht mehr mehr rein ich hab's nicht wird an Essen sterben ich auch ich hab noch Essen ich hab noch ja okay bin tot also man Nutella nicht geht nicht in diesen Turm jetzt rein ich bin dran ich bin nur in der eigenen äh mit Noah so also wir sind gegen mich ne er ist noch nicht gegen mich nur sind es hat auch keinen Teampartner wir sind neutral ja so das hat wir unterstützen sich nicht und Lill 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 äpfel Dixi wie wir vor dem eh die Äpfel von diesem Baum das ist wie ich am Morgen so ha 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 das geht gar nicht an hier ist ein Bienenstock wir haben doch den Motto gar nicht drin ja hier ich habe ich habe Bienenkönigin oh das erinnert mich so sehr an TechEd Legends zurück da war es nicht es gibt keine Grabsteine nein es gibt Grabsteine es geht doch nicht wieder in diesen scheiß Turm da sind meine Sachen drin was für Sachen Stein, Spitzhack, Stein, Schwert, Stein, Axt hab ich schon ja Niko, ich glaube wir haben genug Holz und wir haben doch eine Kraft und Fable derzeit 10 aktive Zuschauer ich hab nicht vertan hab gedacht da kommen jetzt 100 aktive ne achso mal gerade vielleicht wegen Essen gucken Mobbingkreis mit dem ich habe so eine Frage kannst du mir machen dass jeder irgendwie zweist anfangs essen? nö ich bin nicht in deiner Klasse Kamikaze ich bin nicht in deiner Klasse ich bin nicht in deiner Klasse ich bin nicht in deiner Klasse ich hab's auch offen ja das konnte ich ja nicht wissen ich mein ja der Prügel da schon eine Kuh was machst du da Niko ich mach das für dich ich hab'n schwer für dich auch ich bin nur nix weil der irgendwie nicht mitspielt ich bin nur nix weil der irgendwie nicht mitspielt äh soviel stand habe ich glaube ich noch nicht ich hab das tut jetzt in mir auch nein wir sind neutral ich möchte nicht mit dir erst im Team eingehen ich hab Kuhle ich hab Kuhle das ist schön wir machen erst mal jetzt unsere Eigenschaft und Iksis wäre auch mal schön weil du züchtest wir wollen nämlich jetzt in diesen kaputten Turm gehen ähm dir ist schon klar da werden noch Dinger drin sein ja aber nicht mal so viele warte mal Iksis äh Niko erst mal essen ich bin ja hier unten sind vorne ok das schaffen wir aber zwei schaffen wir komm mal zu euch ich Achtung 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 A Weißen noch Achtung 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 gestaltet werden er hat nie mehr die Erinnerung mit meinen Kanal das war ein Faktor letzten Vater eine und hat nur 500 genau wie da und nicht vor allem Schatz hat Bauer hier gerade den Boden bitte einmal auf meine ich weiß nicht auch der in ich komme nicht mehr raus die letzte die und der eine andere die man sich überleitet der Lassenheit von den Städten das ist mein richtiger Name das habe ich euch noch nicht erzählt. Letzten ist noch ein Turm. Sag mal, wie hoch ist eigentlich die Spawnrader von diesem Drecks-Türm? Ja, okay, dann lasst er. Ja, okay, ich kann schon nicht mehr rennen. Ja, ich kann schon nicht mehr rennen. Ich hätte auch, wenn wir uns erst mal eine Infraschbucht auf Baunecke. Da unten ist ein Feet. Nee, okay. Danke. Oh, oh, Krippermann, Krippermann. Aber gut, wir haben noch... Wenn der nur irgendeinen Fall macht, ist nicht dann am Main, wo ich mit auslöse. Ja. Bitte nicht Spam, Leute. Ey, wir haben zwölf Zuschauer, wir gucken ja alles zu. Wir sind heute Hobbysel. Wie kochiges Lamm... ach, hier gibt's Lammfleisch. Das ist mein... Ja, das habe ich mit ihm. Ey, Moment mal. Sind die doch? Ich klicke irgendwo nicht sterben? Okay, warte, ich dropp's dir. Entschuldigung, hab ich raus. Ich muss mal grad nicht sterben lassen. Ja, kannst du auch behalten. Nein, nicht sterben lassen! Hier. Ich komme nicht mehr raus. Ähm, schnell! Ah, nein, 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 äh, Tommy. Danke. Äh, äh, Heroles, kannst du bitte in den anderen TS gehen? Wir sind ja eher neutral. Und umso mehr in einem TS-Channel sind, nur so durcheinander ist es. Ja, geholfen ist ja auch gut, da weiß ich nicht, ne? Ja, ne, wo bist du? Ich bin nach Höhlen-Borford-Fuller. Hehe, sehr präzise. Ich kann grad nicht in den Stream gucken, weil ich mal mehr laufen kann, so... Oh, Scheiße. To let me turn! Ähm, ich verlieb bin, wenn du mal kommen würdest, bin ich nämlich gerade am sterben. Weil du bist der einzige Vollfost, der Stein hat. Dann kommst du... Es gibt Steine. Ich hab gar nichts. Ich komm jetzt nicht mehr mehr. Und in welcher Höhle seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin in gar keiner Höhle. Ecke? Dann sag ich Koordinaten oder so ähnlich. Koordinaten? Damit find ich nicht am schnellsten. Wo bist du denn? Ich seh dich, ich seh. Ach, hier. Ich hab noch zweieinhalb Herzen-Ecke. Es wären die sind dringlich. Ja, ich... Hast du hier runtergefallen? Ja, an dem Rand, wo der zweite Turm steht. An dem Rand, wo der zweite Turm steht. Auf einen Stein. Auf einen Stein. Ich hab leider geschickt. Ich hab nur noch einen, äh... Hab die Ecke hier. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Wann ist das denn genau hier vorne? Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Hä? Oh, da hinten. Oh, Karo ist auch da. Eintronik Simon. Auch nur Leute auf der Klasse. Das ist Noah, das ist Noah. Noah, das ist Noah. Noah, Noah. 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 Ich hab einen Teller. Da war der einen Ofen. Jungen, in der Ofen. Wem ist der Ofen hier? Karolina, Marolina, wer... Ecke, kennst du Karolina? Ja, die kenn ich. Und Herr Meister, ich hasse dieses Scheiße. Die kenn ich all dieser Karte-Fam. Das ist... Ich sag, ich werde sterben an den Turlett. Ahaha, jetzt, danke. Könnt ich mal... Ja, ich... Kann 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 ich... Ja, wir hören Sie. Ah, wir sind neuer... Ich bin neuernd... Ich bin neuernd... Ich bin neuernd... Ich bin neuernd... Ja, ich hab' nicht mein Essen wiederbekommen. Ja, warte, wo ist denn hier hier Lava. Ich such grad' Lava. Schau, ach, lass' dir das Essen, das liegt jetzt da unten im See. Ne, soll' ich gieb' nicht, dass ich das behalte, jetzt und für immer. Das würde ich die in jemanden gehen. Ja, geht man allen eigentlichen. So, ich kann nicht mal bitte Stein haben, weil ich die kratten Stein und kein Holz. sie gehen nein ich brauche dann war ich jetzt nicht mehr kann denn ich bin lesen kann ich das alles gelten ich habe Zuschauer ich mache jetzt eine Holzspitzhacke wir haben elf aktive Zuschauer wenn du mal zu uns kommen willst ich bin bei Adeland das ist ein normaler Chat, das stimmt nur wir sind einfach nicht den Verkehr Babyskeletten Babyskeletten ich habe nur drei Herzen die Babyskeletten, ach wann ist dieses klein nervige Textfeature noch eins noch eins zwei Herzen zwei Herzen ja danke dass ihr mich hier versterben lässt wir bauen uns hier ein wir bauen uns hier ein dann rett doch ich da durch ja Scheiße warum habe ich die sollen jetzt noch viele Babyskeletten dann Leute ich könnte jetzt an Vergiftung sterben an Vergiftung kann man nicht sterben ich weiß es nicht man kann ich habe mich eingebaut ich habe dich eingebaut bis 10 Uhr morgens nein wie lange wird das jetzt wird schon mal beantwortet ja wissen die doch nicht ja wissen die doch nicht äh nächst mal die lange ob ich wieder bis zu euch komme nächst mal die lange von Nico ach geil der Stocky70 der hatte ich gesagt dass er mal eventuell seinen Namen ändern sollte weil der hat davor seinen normalen Namen ja ja den kennen wir doch von der meister komm wir bauen uns hier mal ein wo ist denn mein Karpchen jetzt hab ich abgebaut ich gebe dir gleich alles ja was ist Leute Games ich bin so froh dass man grad nicht wieder äh Nico geh mal wieder weiter rein ich kann ja auch eine geben ich halte meine Fresse läuft bei dem ich kann kein deutsch oh ja das ist noch mal erschlagen ja ich bin jetzt dadurch ja okay Entschuldigung ich hab dich ja ich hab dich ins nicht so schwer Leute zu äh an Zuschauer zu erinnern weil ich ja so viel immer gar nicht habe das ich hab auf das einsteiger das hat aber so viel Leben da kann ich nicht du erinnert euch ja klar ich erinnere mich du warst einer der einzigen aktiven Zuhörer nachts um ein ich bin der Beste na da drüber kann man uns noch mal schreiten ich kann nichts abbauen äh aus äh äh ich bin hinter dir äh ich sie ach das sind ja gerade durchlaufen nein da kommt ein Kopf aus soll jetzt explodiert hat kein Schaden verursacht außer Blockschaden halt muss man Nutella nein Nutella äh ach so ich kenne ich ich oh scheiße jetzt ich hab mal Nutella verloren warte ich komm bist du gestorben ja ich bin hier wieder nicht drin ja ich bin hier wieder drin ja ich steb nur wieder an dem Skelett ja ich steb nur wieder an dem muss mir ich brauche hier ja gerade jetzt ne Dörter aus ne Dörter aus ne Dörter ne Dörter ne Dörter die die ich hab mich ich hab mich in dem Turm gesaved Carolina bist du in dem in der Klasse von Ecke würde ich das mal fassen nein Nico deswegen kenn ich sie ne Dörter aus ja ich kann sein ich bin bisschen überfordert mit Kämpfen lesen und zuhören dann lass mich ihn lesen nein sobald ich wieder bei dir bin geht es ja nur bis dahin ich hab mich im Turm gesäht Leute hat jemand Interesse zu kommen ich habe mich immer eingebaut wenn ich habe bei dir ne die es ist von der Alkohol der nicht hier ist mein Teller und bei den wo es leicht zu mir noch ja noch von mir es ist wieder der Tag, ich versuch mal aus. Alter Scheiße ist hier noch viel. Junge, ich hab ein Herz, ne? Ich hab zweieinhalb Herzens. Alles ist hier noch draußen. Alles lebt noch. Brauchst du was zu essen? Ja, hier ist doch mein Test. Das ist nicht noch ungemein. Ich hab schon alles abgeworfen, Nico. Ich hab alles mal im Moment. Wir teilen gleich aus, gleich aus. Ja, jetzt... Der Nenst hat ganz normal. Ja, ich weiß, das hat mir eben erklärt. Ja, ich hab hier Nutella. Wer hat sich irgendwie gecheatet? Es wird zerboten in der Nacht hören, sicher nicht. Boah Katzenfisch, so seid ihr? Wo seid ihr? Es zeigt, dass ich Bärsdellig zu spielen. Ehh, das war versprochen. Oh, guck, ich glaube ganz gut. das heißt er ja immer noch die Kurve weil wir das nicht auf die Insel die Mann gut ich hab glaube ich leid neid man mir ja die FBS ein bisschen niedrig ich bin nicht Erde ich will nicht Erde essen ja warum nicht das Gewürze bringen ja wenn ich mal konnte ja du hast ja kein Konzept äh wir können was anderes betrifft dass wir die Zuschauer zum Beispiel halt nicht und mich zuwälligerweise auch ja jetzt hab ich ein weil ich bau ab ich bin hier oben auf dem Werk ja ok und dann holen wir uns mal eine Entgültige Platz wo wir auch bleiben am besten schönes ich hab schon abgebaut ich bin keine Klappen nein die FBS die FBS sind nicht so gut jetzt natürlich warst du gerade hast du gerade in Hütten mehr zu legen ich bin hier boah ach Kiefer 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 け gut Enjoy blut 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 Dichst, ich wüsste was. Das stimmt. Das ist ja nicht mein Gehirn. Mal loot. Loot, loot. Hab ja Schokoladehase. Hab ich auch. Loot, 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 loot. Ja, okay, nee, schwein, schwein, schwein. Loot, 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 loot. Schwein, 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 schwein. Ey, weißt du, was jetzt echt lustig wäre? Meine Eltern sind ja gerade bei meiner Oma. Und ich bin ja extra nicht mitgekommen, weil wir uns verabredet haben. Wenn wir den Stream gucken. Loot, 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 schwein, 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 schwein. Was? Achso, noch gecraftet ist von Noah. Ne, Noah war noch nicht online. Ey, nicht Noah, äh, von Kenny. Kenny hat nämlich eins gecraftet. Nico, was macht? Ja, ich wollte irgendwie einen Scheiß daraus bekommen. So, ey, der kommt, dann lass uns mal einen Ort suchen, wo wir gut hinkönnen. Wo muss bitte erstmal Kenny und Noah nochmal grad rein? Ey, das geht gerade nicht, Creeper. Creeper. Ich glaube, wir haben einen halben Herz rum. Scheiße. Scham. Da ist noch einer. Gib mir gern einen Paule. Oh, doch nicht. Ja, man hat nur so einen Baum. Von hier, hinten. Pizza hatte ich schon. Warte. Was? Pizza, geil. Ja, habe ich eben gegessen. War mein Abendessen. Pizza. Ja, okay. Was ist das? Knoblauch. Ist gesund. Ich habe Pizza und Pizza und Pizza. Hast du gerade Rosseil gegessen? Ich zieh, nee, ne? Nein. Ich kann dir Sachen geben. Wir haben mega viel zu essen. Äh, zu essen machen jetzt keine Fragen. Sehr, sehr, sehr. Wir treffen uns nochmal auf dieser Wiese. Ne, wir treffen uns hier vorne am Strand. Ich wünsche, ich hätte mir erst mal. Ja, am Weltraumstrand. Da, wo unsere Höhle war, noch weiter. Hier hinten ist nämlich so eine kleine Bucht. Die können wir erstmal niederlassen. Okay. Also erstmal gucken, wie es weitergeht. Also, wollt ihr schon erstmal für ihn zu bleiben, oder? Ihr wollt schon, dass man für ihn zu bleiben? Nein, nein, würde ich nicht. Ich bin, der ist, der war noch ein... Ich bin, der ist, der war noch ein... Ich bin, der ist, der war noch ein... Ich bin auch zu sehen, drei Blöcke runtergefallen. Ich habe ja aus dem Chat gelesen, dass es ein Opfer bist, Dixi. Von wem? Ja, hier standen, die standen, die standen, die standen, die standen, die standen, die standen, von wem denn? Achso, mein Kopfschät. Achso. Ja, ich habe, ich habe nur gelesen, Dixi sind Opfer. Hat mich schon gereicht. Nein, der Rekord... Nicht Mühe wegschmeißen. Ich habe gerade gedacht, ich hätte mal schwer weggekommen. So, wo waren wir hin? Am besten irgendwo, weil es uns mühste ist. Ach, wenn Kenny kommt. Ja, erstmal umbringen. Was? Ja, woher siehst du? Ja, aber das bringt dich schon. Achso, das würde ich sagen. Ich bin absoluter Pino, Pino, Pino. Nope. Ich bin Pino, Pino, Pino. So. Alter, Nico verkackt. Beim Sprechen. Ja. So, jetzt sieht man mein Interesse auf das Niveau. Hey, hier ist ein schöner Wald. Hier kommt man doch gut hinbauen. Das ist eine Insel. Ich will, ich will ungern auf diese Insel. Nico, jetzt muss doch bitte mal den 19 Kenny hier in unserem Channel. Würde die gerne mal fragen, ob die Probleme haben. Ja, warte. Ja, dann mache ich hier auf der anderen. Oh, was ist das? Guck mal, was ist das? Ja, okay. Uwe. Uwe. Salz. Äh, Leute, klappt alles? Äh, nein, noch nicht. Ja, der muss, der will bei mir jetzt jahre nicht installieren. Ja, der muss, der will bei mir jetzt jahre nicht installieren. Okay, aber ihr... Also, den kann ich streamen, Leute, ne? Ja, aber ihr kommt voran. Und ich habe... Ja, ja. Ich habe das hier. Es zählt noch jahre, weil sie hier also... Ja, wir lassen dich in Ruhe. Und bitte nicht klauen. Sag das auch nicht an. Ach, ich brauche nichts. Ja, ja. Äh... Nicht genauso wie Paci und Paci. Da macht es... Geht mal wieder raus aus dem Channel, bitte. Ich wollte nur gucken, ob... Warte, ich bin... Ich kann jetzt nicht. Ich fahre mal im Boot da rüber. Ne, warte. Leute, lass uns gesamten Wohl in einer Richtung fahren. Warte doch mal. Ich baue mir am Dingens ne Basis. Ne Mini-Kleine erst mal. Wie macht man denn... Bleib mal bitte jetzt hier, Exi. Wir wollen doch im Kind bleiben. Ne, eigentlich nicht. Wie wär's denn, wenn wir uns ein Alchemist-Chips bauen? Da können wir alle zusammen fahren. Ne, ich hab mir einen Lohm-Chip. Ja, warum müssen wir uns erst sitzen craften? Das dauert zu lang. Nein, Eisen. Wir brauchen nur Eisen. Das dauert nicht lang. Je, wir brauchen aber einen Sitz. So kann nur einer damit gleichzeitig fahren. So, lass uns alle in eine Richtung fahren. So, nichts mehr. Ich fahre hier hinten zum Turm mal ganz schnell. Boah, wieso liegt das denn so? Das kann ja gar nicht sein. Ja, das ist ja ein Letz... Also Letzla... Ähm, Ecke kann ja sein, dass ein Stream-Letz-Fali heißt. Echt? Oh, das hat mich geschrieben. Super Motletz-Fali. Oh, habe ich geschrieben. Super Motletz-Fali. Ich hab so schnell geschrieben. Danke, I-Tronic. I-Tronic auch noch? Oh, Leon, das gibt's ja gar nicht. Ja, der meint. Ich geholt jetzt auch ein Boot. Ich fahr zum X-T und dann fahr mir von da aus weiter. Was wollte bei diesem Turm? Was wollt ihr da? Ey, Luke? Mehr nicht. Nein, wir wollen einfach in die Richtung. Also, ich fahre hier, weil der X-T da ist. Und dann fahr mir in die Richtung einfach weiter. Und dann fahr mir in die Richtung einfach weiter. Und dann an anderem so. Warte mal, ich bin noch hier grad. Technik in die Richtung. Steuerung. Bitteschön. Das kann von hier die Kiste öffnen. Ich tue feste. Und bau mich weiter hoch. Hoffentlich sind die nicht nur ein Spruch, sondern irgendwie ein Spruch treffen. Weit oder so. Oder so. Weil dieses Scheiß-Türme, die sind drei Scheiße. Ich tue alle. Wir müssen auch mal komplett abkommt. Die flächte Morgen. Und wenn wir gar keine schlechte Idee, die eigentliche war. Aber... Ja, lieber nicht. Und jetzt andern Menschen, die Menschen nehmen möchten. Die Leute, dann haben sie schon auf. Ich finde, sie waren diese blöden Türme. Im Ruhm vom Land. ich hab was ich habe eine Frage, weil sie sind nicht belegt Entfernt hast du geil Ich habe Land gefunden Leute, wie ist die Wurde? Wenn man der Map gerade Glauben schenken darf dann ist links von uns hier ne, 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 das passt nicht Leute, kommt dir mal mit zum Festland Ich hab dein Boot Warte Ah, Land 385 Minus 495 Ich brauche noch lange, dass ich da hinkomme Ich warte hier erst mal und ich hab ein Graf schon gefunden So, mal schauen, welche Richtung fällt ab? Das habe ich nämlich noch alles aufgenommen Und mal, bis du in welchem Richtung von der Insel aus bist Geht du schneller? Äh, Norden Nördlich von der Insel aus Das heißt, gerade von der Insel weg Ich gucke gerade ins Festland zu dich gerade Da ist Norden, wir müssen hier mit Richtung Norden Ich lasse Nico vorfahren Dann bin ich nicht schuld Es ist schön, wie die Klasse mit ihren Insider austauschen und die normalen Zuschauer kein Wort verstehen wahrscheinlich Ich hab irgendwas gefunden Ich hab irgendwas gefunden Ich hab irgendwas gefunden Ich hab was gefunden, ich will Beachtung Und der Zombie hab ich gefunden Nö Und der Zombie hab ich gefunden Und der Zombie hab ich gefunden Ja, mit der neunsten Schauer Aber ich hab noch 10 Also wir fahren grad nach Norden Du oder auch X zu Also der ist wahrscheinlich Nach in einem Film vorbei gekommen Weiß ich doch nicht mehr, wahrscheinlich Ich hab ne Schallplatte Oh oh, oh Es wird nach vorne und ich bin in einem Loch gefangen. Viel Spaß. In Westenlochstil. Ja, okay, Entschuldigung, der war... Nein, ich bin nie. Der hat alte Dinge, Chemie, Schreber, Läuft, weil die Deutschland halt nicht... Alter, Han hat es ein... Einziger Like da gelassen. Soll das der Schaf heißen? Man weiß es nicht. Das ist wirklich ein Festland. Wüste müsste es sein. Ja, Wüste passt. Also ich brauche schon mal Kaktus. So wann ist das übrigens? Oh, schweißte, was ist da vorne? Ah, es ist irgendein komisches Skelett. Es gibt doch Creeper-Skelette, Achtung. Können Sie uns gehen mal an der Küste abholen? Ich weiß noch nicht, wo. Ich bin auch an der Küste. Ich warte hier. Hier ist ein Turm. Warte, warte. Ich muss rennen. Sag mal, kann man ja mal bitte gerade die Diffi-Code auf Einbau stellen? Ich kann doch mal die Schiffe abbauen. Einfach klicken, 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 klicken. Was? Helmut, wer ist mein Schiff-Pack? Der schützt in aller Schiff hinterher? Ich brauche mir mal gerade ein Haus. Nein. Helmut. Kein dauerhaftes Haus. Alles jagt mich. Wortwörtlich alles. Oh, Harlan, was machst du denn? Wie, Mums? Irgendwie Schutz. Nicht anrufen. Janik, Frage. Ich kann doch mal die Koordinaten ein bisschen in CS schreiben. In CS schreiben? Ja klar, dafür habe ich jetzt Zeit. Leute, kann gerade einer aus dem Chat die Koordinaten mitschreiben, wie der sagt? Ich ziehe, machst du, du bist hast doch ein Haus, ne? Nein, ich baue mir gerade ein Dirt, weil... Dann guck doch gerade einfach... Schick mal eure Koordinaten, dann kann ich da hinkommen. Ja, genau dann. X99, Z-479. X99? Ja. X99? Ja, wir sind Richtung Norden gefahren. Ich bin 500. Was? Bleons! Entschuldigung, ich muss dich gerade mal wegschützen. Ich kann mal Internet ausmachen. Ecke, wir sind Richtung Norden gefahren, wie du gesagt hast. Aber hier sind wir erst mal safe vor allem. Ist doch egal, ich renne zu euch. Ist doch egal, ich renne zu euch. Ich vergrößere das Ganze mal gerade ein bisschen. Ich würde sagen... Wollen wir dann hier vorne bei dem Ding zum Haus ausbauen? Ja, hier die Stelle würde ich brauchen. Hä, aber dazwischen ist kein Festland. Nein, ich würde hier vorne. Ich bin heute auf einer anderen Seite. Dann bauen wir mit Koppelärten. Ja, ich baue hier mein Haus an und du kannst da drüben anfangen. Wir haben ja jetzt erst mal gerade so einen Stamm. Ja, mache ich hier drüben, damit wir schon mal eine Autos da dronnen haben. Und ich erweitere hier mein Dirt-Haus, um überhaupt irgendwas zu haben, wo ich safe bin. Also ich bin halt schon mal... Wer erstmal moving ist, ist es abled. Ja, wenn du das selbst abledst. Ich fang hier bei diesem Projekt gar nicht erst an zu schütteln, sondern mach direkt mit Holz. Das ist ein Schuss. Seid ihr in so einem Savannen-Biom? Ja, Savannen. Dann wären wir nicht gleich da. Der Eckart keine PS3-Versatz. Das ist das gefragt, aber der hat... Die einzige Konsole, die ich hab, war eine Wii und eine Wii U. Eine Wii U, ja. Da sind Ewigkeiten her. Ich hab Markkonsolen. Wollen wir mal gerade einen Insider raubauen? Nein. So. Wenn du einen raubauen willst, lieber nicht. Das ist seine aber die Geschichte. Nein. Wir haben früher immer... Da war WhatsApp Sprachanrufen, was für mich neu ist. Da haben wir dann über WhatsApp telefoniert und haben dabei dann Splatoon auf der Wii U und auf dem gleiche Internet-Klammern gespielt. Mega witzig. Hm? Ich kenne doch eine Gegenfrage. Einer von euch. Lego Star Wars in der Wii U. Da. Ich hab... Ich sehe auch ein deutsches Haus. Das ist mein Haus. Hilfe. Hier... Alan, hier wo du gerade aber bist. Hier möchte ich gerne mein Haus bauen. Dann baut einer da und einer da. Leute, erstmal sollten wir eine Gemeinschaft ausbauen, zum überleben. Und dann können wir uns ein eigenes Haus bauen. Ja, das hier ist mein Gemeins... Ja, komm. Nee, der kann... Es ist ja vollkommen egal. Also... Eben. Dann haben wir nämlich so ein Dreieck. Und das können wir dann verbinden. Dann haben wir Illuminaten. So ganz schön. Plus, das ist alles schön. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Ich würde, dass wir erstmal alles nicht die Haus übernachten. Aber ja, wir bauen hier halt gerade einfach einfach in der Höhle, wo du dir ein Bett bauen kannst. Hält denn nach vorne? Hält denn nach vorne? Hält denn nach vorne? Hält denn? 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 Das Problem ist, wir haben hier Verzögerungen. Also ich hab Verzögerungen hier. Hält denn? Hält denn? Hält denn? Wir müssen eh alle schlafen, Niko. Ich sehe. Ja, aber ich hab schon... Wir haben doch einen Ofen. Ja, klar, ich hab einen Ofen. Aber ich setz auch noch vorne. Aber warum jetzt hier jetzt noch so ein Ofen? Dann braut ihn bitte in den Boden hier rein. Hier. Warte, das ist nun mal gerade für das Holz, äh, für das Holz... Warte mal, wie viel Wolle, ich, ich, Nico, ich hab dir die ganze Wolle gegeben, wie viel Wolle hast du? Ich hab vier Wolle. Ich hab noch mal hier eine Wolle. Das heißt, du brauchst noch eine Wolle. Kannst du mich schießen. Kannst du mich lassen. Regen mach ich aber aus. So, ähm... Ecke, helf mir, mach, denk, aber... Denken? Ja, ich weiß, aber das Legos ist da, wo es auf der Wii unser erstes... Das kann man nicht zusammenspielen. Nein, aber was wir... Doch, mit Top... Ne, dem Stern. Das ist voll zusammenspielen. Ja, komm, geh mal weg. Ich schließ den Weg. Der dreht uns schon wieder durch mich. Nein, ich bin hier ganz woanders. Dieses Haus ist mir zu klein. Und dann war das erste... Hier gibt's die zweite Etage zum... Die dann gezockt haben. Hier ist der zweite Stock, würde ich sagen, aber... Das ist alles irgendwie... Ja, hier ist ja noch... Ja, hier ist ja noch... Ja, hier ist ja noch... Wir sollten weitergehen, oder? Oder möchtest du... Nein, ich bin hier drin. Ich muss mich aber hier mal ins Bett legen. Also, ich würde hier bleiben, ganz echt. Ich finde das cool hier an der Stelle. Echt? Ja, ich würde auch hier bleiben. Peroles geht schlafen. Ja, hat er geschrieben, aber wir können ja nicht alle schlafen gehen. Nein! Ja, nimm mal den Anruf an. Genau, nimm doch mal an. Ja, da sind liebe, mehr oder weniger Kinder... Äh... Leute, wisst ihr, wo Schins hier? Da oben auf dem Berg. Ne, ne, sie wollen wir voneinander entfernen. Bad game. Ja, ich meine... Das ist zu weit, Nico. Ich würde hier. Einer baut da, einer hier und einer... Ne, ich finde das... Ich muss sagen, hier ist mir zu klein. Echt? Und ich mag auch ehrlich gesagt, das Verwandlung überhaupt nicht. Ja, okay, dann lass uns umziehen. Ja, dann nehm ich... Am besten auf den Berg. Nein, wir haben... Ja, ja, können wir machen, aber erst mal warten auf den Tag. Jetzt ist ja schon so gut wie. Ja, gleich. Aber erst mal müssen wir noch warten, dass die Monster verbrannt sind. Jetzt ein verzaubertes Dolchen. What the fuck? Das ist ein Schwert. Alter, das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Und Zuckerrohr. Und Zuckerrohr. Du hast Hunger und Zuckerrohr. Sag mir mal grad auf, Nico. Ja, Maggie. Die Tür nehm ich auch mal grad mit. Die ist praktisch. Okay, dann brauche ich nicht. Was brauche ich nicht? Ja, okay, ne. Musste nicht. In welche Richtung wollen wir denn gehen? Wir müssen jetzt irgendwo hin, wo wir auf der Fläche bleiben. Ein Freund von mir hat die, und Minecraft an sich ist sehr wichtig. Ist schon ganz cool. Kann auch jemand hier die Holzst du schon aufnehmen, Nico? Ja, bitte los. Da ist mein Mann. Die können wir als Brot nachher noch nicht answers. Wir können Pferdes tropfen. Nach bedank. Warum ich hab noch genug essen. ich habe noch einen noch ein Fleisch Ding wir gehen weiter Richtung Norden ja warte dann schmeiß ich dir mal gerade hin warte Junge ja ich bin ja voll mit Essen was ist denn? ich hab Kraut gefunden und ich habe gerade Störgeräusche oh 38 Minuten der erste Fall ist zu Ende bis zum nächsten Mal und tschüss